Aller guten Dinge sind drei. 2023, für Toni, Olivia Marai, und Erik, Patrick Heinrich, ein aufwühlendes Jahr mit Konsequenzen. Das einstige Traumpaar Ernie gibt es nicht mehr. Und seit Toni aus den USA zurück ist, hat sie noch ein viel größeres Problem. Sie ist abhängig von Schmerzmitteln. Doch wie geht es damit 2024 weiter? Haben die beiden womöglich nochmal eine Chance als Liebespaar? Uns haben sie es im Video verraten. Toni ist in ihrer Tabletten-Sucht gefangen. Toni befindet sich bei GZSZ gerade an ihrem persönlichen Tiefpunkt und rutscht immer weiter in die Tabletten-Sucht ab. Anders als früher, hat Toni nicht mehr Erik an ihrer Seite, der ihr durch die dunkle Zeit helfen kann. Wenn es nach den beiden GZSZ-Stars geht, dann soll sich das 2024 bitte unbedingt wieder ändern. Olivia und Patrick haben einen großen GZSZ-Wunsch. Ich wünsche Toni und Erik, dass sie zusammenkommen, muss Olivia Marai gestehen. Dem hat auch Patrick nichts mehr hinzuzufügen. Es ist ein bisschen langweilig, aber ich wünsche es ihnen auch. Sollte sich dieser Wunsch der beiden tatsächlich erfüllen, dann wäre es ihr dritter Anlauf in Sachen Beziehung. Es heißt ja, aller guten Dinge sind drei. Ob sich das für Toni und Erik 2024 wirklich erfüllen wird? Die Zeit bei GZSZ wird es zeigen. Punkt Punkt GZSZ auf RTL Plus und bei RTL Sehen. Noch mehr GZSZ spaßgefällig? RTL zeigt gute Zeiten, schlechte Zeiten immer montags bis freitags um 19.40 Uhr. Auf RTL Plus gibt's neue Folgen aber schon bis zu sieben Tage vorab zu sehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017